hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal zu einem neuen video vielleicht dem video des jahres weil wir sind hier auf dem social media cup im golfpark in biblis und das wetter wird vielleicht noch ein bisschen besser werden aber wir freuen uns wird ein toller tag kommt mit ich werde euch ein checken oder werden jetzt ein checken ja hallo markus heißler hallo hallo da hat man bändchen ein bändchen ok würde ich dann mal okay 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 bitte alles mal genau wow danke danke ich nicht erzählen kann ich glaube ich gebe sie weiter aber ich habe sie gerne 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 ich nehme alles was ich kriegen kann oder red bull würde ich auch nehmen beides dankeschön den grünen wahnsinn lieben dank ach nee oder hallo andreas grüß dich schön dich zu sehen ich folge dir ja oder hab dich abonniert und er hat hier in biblis kommt alles wieder zusammen richtig den kurzplatz gespielt der ist so 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 herrlich und andreas ich fordere dich mal raus hast du brauchst darauf ein match mit mir zu spielen kurzplatz match 2x18 aber du weißt du zieh dich ab aber genau genau ich bin gespannt ich bin gespannt handicap ist ja so ein bisschen vergleichbar kann man sagen 16 und 18 wir machen mal was aus ich freue mich drauf aber lass uns bitte warten dieses wetter ein bisschen geiler auf jeden fall heute ist zwar auch super aber mit sonne sieht es ein bisschen besser aus genau also heute müssen wir ja dankbar sein wenn es nicht regnet richtig dass die ganzen kameras und so weiter dann halt auch nicht nass werden wir auch nicht nass werden ich bin ja hier so war die unterwegs du hast ein kart richtig wir haben uns ein kart geholt weil wir dachten hey wie nass es wirklich wird und ja warum denn auch nicht also dein statement für heute also ich freue mich wirklich drauf wenn wir halbwegs trocken bleiben ich bin mir ziemlich überzeugt davon dass wir eine richtig gute stimmung haben werden und ganz ehrlich ich hoffe einfach dass die bälle reichen ich habe sage und schreibe drei vier dabei als hätte er ist als hätte er es geahnt ich habe was für dich danke für dein statement belohne ich mit einem logo ball von mir vielen herzlichen dank er soll dir glück bringen nur nicht heute weil ihr spielt ja im gegnerischen flight also dann wenn ich nicht gegen dich spiele das stimmt vielen herzlichen dank markus ich freue mich wirklich auf den tag habt du auch mega viel spaß und ich drücke alle daumen die ich habe auf einen wir gewinnen schönen tag genau dankeschön schön 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 ja 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 du blaster dabei halt genau ich würde es noch mal offiziell machen wenn ich dich mal zu einem statement herausfordern kann on camera bockers kriegst du auch ein kleines geschenkchen ich kann selber ich bin ein blutiger anstrenger nein einfach dass ich vorstelle mit gespielt habe hat hallo lucia grüß dich ich habe ja voriges jahr den social media cup fotografisch begleitet dieses jahr habe ich den cut geschafft mein quatsch aber ich darf mitspielen ja mich als player super cool und hast du auch noch früchte dabei du hast das vorstelle hast du ja mirabellen dabei gehabt ja habe ich so gerne okay braucht man auch hoffentlich hält das wetter so ein bisschen einfach mal dein statement für heute okay weniger aufs golfen konzentrieren funktioniert noch besser stimmt immer mal abschalten danke für dein statement ich habe noch ein kleines geschenk für dich bekommst du einen logo ball von mir der soll dir glück bringen nur nicht heute weil wir sind nicht im gleichen fleisch wir betteln wir betteln hat einen schönen tag ja mensch christian ich wusste also bis heute gar nicht dass das überhaupt gold spielst du kennst ja schon ziemlich lang irgendwie ja und was sind so deine erwartung von heute was ist dein motto das stimmt was ich super finde auch an dem format mal locker in freundschaftlicher runde im gold turnier zu spielen und das hat mich angeregt heute dabei zu sein das stimmt habe ich noch was für dich ein kleines geschenk oh vielen dank warte 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 ein logo golfball von mir hoffe er bringt ihr glück nur nicht heute also weil wir spielen wir betteln ja gegeneinander aber in zukunft ok vielen dank marcus gerne danke so hier nochmal ein kleines statement von mir zwischenstatement es ist ja super geschmückt hier für den social media cup hinten auch ein ganz cooles pferd so ein foto hintergrund da mache ich auch noch mal glaube ich noch mal so ein kleines foto von mir oder ich kriege ans gemacht mega coole veranstaltung das wetter ein bisschen besser wird und ich freue mich so jetzt sind wir am start quasi meine flightpartner sind die dana deine socials blende ich noch unten ein der daniel blende ich auch unten ein die konstanz ist leider noch ein bisschen verhindert hängt im verkehr fest aber sie kommt dann noch vorbei dann stelle ich noch mal vor wenn wir dann on tour sind wünsche uns mal ein schönes spiel oder da na ich habe ja du darfst dann auf ein schönes spiel so jetzt der hengel trocken na komm mal kein tracer zu machen hast genau so eine nullnummer man rock'n'roll sprühe ich die scheiße in die luft oder wer macht es ich doch nicht doch ja danke das war jetzt off camera card longest drive hole wird wahrscheinlich nichts bei dem wetter wird wahrscheinlich mal drei aus der hand fliegen der ist im spiel dankeschön jpia bei dana darf man nicht quatschen sehr schön hast mich ausgedreift oder ja weit jetzt fängt wieder an leute 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 und es geht schon wieder los es darf doch wohl nicht wahr sein was ist mein dackel tötern heute ist echt macht nichts kaputt ist so ein erbärmlicher spruch und das von einem handicap 16 typen schöner schlag wir brauchen glaube ich gar nicht zu schlagen baby thema ist durch aber aber der henkel ist trocken du hast eine fahne markus da kenne ich dich gar nicht der henkel ist trocken ich habe angst nice go in dana ja alle abgekackt alle abgekackt alle abgekackt alle abgekackt gepulltes ding erster part erbärmliche ausreden der moment der muss kamera festgehalten werden die cookie gum unser du bist doch trocken welcome fick und fertig den ton brauchen wir jetzt hallo konstanze grüß dich kann ich ganz kurz noch was sagen das ist die konstanze ich blende es auf jeden fall noch mal ein willkommen jetzt sind wir vollzählig eine stunde stau wollte ich nur sagen aber schön dass du hier bist daniel du oder ich ich kann dir für nichts mach mal ok nee der packt es nicht der ist fort der ist fort ich kann nach hause gehen ok wir sind safe wir sind safe gucke ich halt wahrscheinlich wasserfesten lippenstift oder ich habe schon lipgloss von dana wow go 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 yes erster schlag und power geil daniel die kollegen haben bier bekommen da würden wohl welche wagen rumfahren ja ja ich habe ja den wagen auch zu kochen aber da warst du nicht immer da ja so ist es mit dem bier a la holz 3 truflich holz 3 truflich holz 5 holz 3 warst du gespielt? vorhin ja deswegen warst du länger als ich ja augen auf bei der schlägerwahl ne ich habe mein holz 3 aus dem teig rausgeschmissen redundative nicht der ist gut schön go 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 Magic touch, pin high. Sehr schön. Ach, du machst den Saifung, super. Schön, schön. Geil. Das galt mir so geil. Wer mag von euch Trolli fahren? Ich kann es gar nicht. Aber du kannst es doch. Dana! Die Mädels können es in der Regel besser als Männer. Ich kann es gar nicht. Ich habe alles manuell. Das ist euer Premium-Modell, gell? Wow. Chrome. Oh, Lederablieb... Gas. Voll Gas. Hau rein. Tipp nach vorne. Tipp nach vorne. Ich tippe ja. Und stopp. Und? Ein Punkt. Yes. Ein Punkt. Eins unter Paar. Der ist on, glaube ich, aber halt weit weg. Super. Super. Dankeschön. Yes. Wow. Wow. In the hole. Wow, geil. Ich finde es gut, aber du bist der Angeber. Safe ist safe. Dana. Irgendwas aufs Grün ist gut. An den Stock ist das Ziel. An den Stock ist das Ziel. An den Stock ist das Ziel. Wow. Komm. Go. 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 Dana. Dana. Dana, rein. Get in. Get in. Get in. Get in. Hatte das auf Kamera, Leute. Unser Flight, ne? Ja. Okay. Wer hinter diesen schwarzen Wolken kommt, innerhalb der Burg, kriegt einen halben Punkt. Ein halber Punkt bringt euch was, wenn ihr zwei halbe Punkte habt. Weil zwei halbe Punkte sind eins. Richtig. Wow. Kühler Rechner, ne? Definitiv nicht. Deskalkuliert. Yes. Und was mit the tricyc? The tricyc, baby. Duncan. Wenn du die tricyc triffst, dann kriegst du eine Krone. Oh. A king oder a princess? Was willst du? Mal gucken. Ich nehm mir einen Lakeball, weil das bin ich gewohnt. Ich spiele mit Lakeballs. Du kannst gerne, dass wir Lakeballs nehmen. Ich nehm mir einen Lakeball. Jeder hat drei Versuche. Ja. Der erste halber Punkt. War das? Ja. Halber Punkt. Halber Punkt. Go, go, go. Ihr braucht doch einen halben, dass es auch was bringt, ne? Der Mann hat keine Lizenz, wollte ich gerade sagen. Ich hab keine Konzession. Das ist unglaublich. Das ist kein Bier. Schön, schön, schön. Wuuu. Na. Jawohl. Der ist wieder runtergefallen. Der ist wieder runtergefallen. Der ist wieder runtergefallen, gell? Zurückgekommen. Der war drinnen. Der war drinnen. Der war drinnen. Aber 100% war der in der 30. Nice. Da wollte ich hin. Da soll er auch hin. Genau da. Super. Einfangen. Der war schlecht gespielt, aber... Ja, aber da hab halt ich gedacht, dass er da hin soll. Ich hör ja auch auf dich. Du kennst ja den Platz. Ach, nee. Da wo er sagt, da hab ich jetzt hingespielt, ne? Nein, da wo du eigentlich gesagt hast, wo die 150er Markierung ist, ne? Ja. Genau, da seh hin. Da wo ich nicht hinspielen wollte, hab ich jetzt hingespielt. Da wo ich... Schön getauscht, Markus. Perfekt. Geil. Ah, nee. Hau ich die Rakete genau in die falsche Richtung. Auch gut. Das ist er eigentlich. Wow. Super. Schön. Der rennt sogar. Hammer safe. Schön. Nice. Sehr schön. Jetzt wird wieder mal ein Ball von mir genommen. Das heißt, ich setze eine Runde aus. Ich liege pin high bei einem Paar 5. Eagle Shot. Wow. Wow. Besser kann man nicht spielen. Oh, porno, porno. Aber das macht sie. Das macht sie, oder? Geil. Around the green. Dana is around the green. Exzellent. Dana mega. Das ist genau das. Wow. Olé, 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 olé. Boah. Da musst du mehr Eier haben. So wie wie Dana. Cojones. 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 Also ich würde sagen, so minimal außer... Left edge. Left edge. Left edge. Left edge. Habe ich gesagt, left edge? Left edge. Left edge. Left edge. Oh Gott. So kann ich nicht arbeiten. Auch nicht. Ich mache genau dasselbe. Und sage es auch noch. I'm not a policeman, I'm a princess. So meine ganzen Drinks kriege ich... Man, dieses Lipgloss von Dana. Nein, habe ich nicht. Clipgloss. Hab ich nicht. Jetzt einen Werbespruch dazu, bitte. Black Orange. Organics. With the... The Bull. Wir müssen eh in die Richtung. Cheers. To my homies. Schaut schlau... Ja, das war... 20 Meter in den Baum. Versuch, war es wert. Ja, Konstanze? Es ist ein paar fünf. Ja, Markus. Und wir nehmen jetzt mal ganz kurz meine Ablage. Seht ihr mal ein Ball auftauchen? Genau. Hier ist mein Ball. Ähm... Da. Und ich glaube zu wissen, liebe Konstanze. Ja, bitte. Dass das da mal... vor Jahren, ne? Ganz lange her, da war ich noch gar nicht geboren. Ja. Einfach vier war. Okay. Aber jetzt brauchen wir das Ding. Ja. Nee, wir sind auf zwei. Jetzt kommt der dritte. Rocken. 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 Fuck. Fuck. Die wird's wieder zurücklegen, bitte. Okay, ne? Liebst du auf? Ja, wir haben uns entschieden, wenn privat nichts läuft, dann auf dem Golfplatz. Das heißt? Liebesbrunnen. Oh. Gibt's was für Prinzessinnen wie mich? This is it. Daniel. Kamera. Yeah. I like. Und für Prinzessinnen? Ja, die brauchen was, die hat was Hartes. Oh, der Prinzessin braucht was Hartes. Das ist wirklich so, was wir verliebt sind. Das ist aber Charakter. Ich kann's nicht beschreiben, was das für Aromen sind, aber das ist mein Ding. Ist geil, oder? Der hat Cojones. Der hat Cojones, oder? Der hat Cojones, oder? Der hat Cojones. Ja, aber dann mal auf, dass wir den Paar-Train verlassen und auf den Birdie-Train aufspringen. Ich würde gerne die Geschichte mit... Dana, Weltklasse, ums Grün. Der boxt uns noch warm, oder? Wir haben ja die Schande des Paars, deswegen ist heute jetzt Zeit für meine Glücksmütze. Kurz mal weg hier, ohne Frisur. Also, wir sind hier an Loch 16 und ich schwöre euch, dass wir die nächsten fünf Löcher mindestens zwei Birdies machen. Jawoll. Und darauf trinken wir. Auf Birdie-Time. Birdie-Time. Cheers. Danke für den Spruch. Der kleine Schläger. Das Wobble-Ding. Hopp, 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 hopp! Okay. Du, safe is safe. In Ganzheim, im Sauna-Bereich, da mache ich das halt. Da bist du halt nahtlos braun. Ja, wirklich. Ja, geiles Ding. Hier. Ja! Wooo! Hahaha, Maschine! Wooo! Nice shot! Geil gemacht. Wow. Nach so einem Shot repariert man ja super gerne seine Ballmarke, also seine Pitchmarke. So geil! Cookie kann mit Druck umgehen. Bärchen. Boah, du hast aber toll. Mega cool. Oliver, what are you filming? Ja, was? Ey Leute, freut euch. Letzte Loch. Ja, dann kommen aber noch neun. Hahaha. Nein! Ach, warte, ich mache genau dasselbe wie du. Ja, nur noch schlecht. Leute, Leute, Leute! Yeah! Power fade! Wooo! Wer ist es? Daniel Power, Daniel Power. Daniel Power, Daniel Power. On the dance floor, baby! Mega! So good! Yes! Go! Mega! Oh, ey! Dana! Das ist die halfway-verpflegung, ne? I'm hungry! Birdie cap! Birdie cap! Birdie cap! Birdie cap! Birdie cap! That's good! She's wearing the birdie cap! Woah! Woah! Ich brauche nur Alkohol. Alles, was ich brauche. Mensch! Piep, piep, piep! Wir haben uns alle lieb! Piep, piep, piep! Wir haben uns alle lieb! Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann nicht auf dem Boden. Ich kann gar nichts machen. Ich kann hier nur so langsam rumhaken. Nice! Nice! Ja, aber... Kannst du mal für einen Tier jetzt entscheiden? So kann ich nicht arbeiten. Warum fehlt mein Kameramann dieses Flight? Ich will das vielleicht nicht kaputt lassen. Okay. Wie viel Meter haben wir denn? 157 habe ich. Hab gerade noch... Läuft denn einfach aus dem Bild raus, der Flügel? Gucki! Gucki! Ich muss ja auch abtauchen erst mal hier. Hallo aus dem Golf-Iglu! Äh, ich mein Golfhaus! Lass es tie regnen! Rot, also das war ja total witzig. Haha! Okay. Perfekt! Wir sind auf der 3. Ich komme ins Bild. Hey! Wuuu! La hola! Wuuu! 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 Wow! Da ist er! Wuuu! 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 Ist das geil! Ist das geil! Ist das geil! Ist das geil! Wuuu! Ich dachte, wuuu! Aber ihr habt so geile Teile da aus... Oder? Sehr geil! Hammer! Mega! Egal! Yes, Sir! Yeah! Wuuu! Wow! Straight to the middle of the fairway! Bitch! Ähm! Genau! Ich hab mich auch noch ausgetrived! So, du machst... Ja! 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 Bist du erschrocken, bist du lecker? Ja! Du waggling! Yes! Wow! Wie schön! Ich will dir auch mal Zeit... ... dass ich zeige, dass ich auch chippen kann. Wow! Igel, Birdie, Bah! Ja! Das ist eine Pitchmark! Arschgeigen hier, die nichts ausbessern! Yes! Yeah! Wuuu! Ist das... Wuuu! Wuuu! Mega geil! Wow! Wuuu! Achtung hier! Aktuell liegen wir minus 3, gell, Daniel? Ja! Schön! Ja, die 5 muss ja noch spielen! 7, 8, 9! Fuck! Das ist Deutscher! Yes! Ja, der kommt zu weit. Aber gut! Schöner Schlag! Gut getroffen! Danke! Schön! Ach Gott, ist der schön! Super! Super Schlag! Uh, nice shot! Oho! Oho! Winch, draw, winch, gerade! Daniel Boy! Du bist Pro, oder? Manchmal treffe ich den Ball richtig, guck! Daniel, my brother, you are my sister! Was machen die? Keine Ahnung! Ich gehe sich im Bunker seinen Ball vielleicht. Ist der Bunker so tief, oder ist der Mann so klein? Ich weiß nicht, was er macht. Ist der auf den Knien im Bunker? Mach' ich loke loke? Mach' ich den Gucke? Noch Spoky gerettet! Fighting for bogey! Fighting for bogey! Haben uns alle so angeschaltet und wir waren so... Ich bin so ein Mogli! So ein Kerner! Jetzt ist raus! Jetzt ist raus! Ich kann... So ein Schlag macht nichts kaputt, ne? So geil war der auch nicht, oder? Genau! Das ist alles, was ich sag! Wir sind auf der 6, oder? Ja! Genau! Wir haben hier Birdie-Chance durch den Daniel. Mach' ihn einfach rein! Mach' ihn rein! Woooow! The Pressure! The Pressure! I can feel the Pressure! I can feel the Pressure! I can feel the Pressure! Schmell! Anderes Fairway! Es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid. Danke, dass du beim Flight warst, Weißball mit meinem Logo, Dana, Heißla Werbestudios, Weißball, Weiß Pro Plus, habe ich gegessen, weil er so hektisch war mit der Kamera und so. Ich liebe Weiß. Da ist mein Logo drauf. Ja, geil Mann, super. Der geht nicht bunk. Nein, 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 nein. Ja, der ist nicht schlecht, aber der liegt da im Rock drin. Können wir gucken. Wir haben Optionen. Geil! 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 Damit, Leute, endet der Social Media Cup. Spielerisch erst. Danach gehen wir noch Party machen. Meister Cut. Danke. Ich hab's selber gemacht gestern. Kein Scheiß? Bei deiner Kopfhahn kann man das auch richtig erlauben, bei mir nicht. Ich sehe aus wie ein Volldepp, wenn ich sowas mache. Bei dir sieht's gut aus. Der war zu lang. Ja, ich hab gesagt, langen Schläger. Mega geil. Verarscht habt ihr uns. Normal hättest du mal Lobbetsch spielen sollen. Ja, dann mach doch mal. Schu... Ei! Fuck! Mal durch. Endlich mal jemand, der mir aus der Seele strebt. Hallo! Komm! Jetzt mal! Genau die Länge, oder? Was erzählten die mir mit Lobbetsch? Nein, aber die war ja genau die Länge, Leute. Lobbetsch. Trust me! Danke fürs Zusehen! Bis zum nächsten Vlog! Noch einluge. Mach mal! So... Tja...